Ich bin auf jeden Fall ausgebildet hier in Frankfurt, beim Abbey Road Institut in Frankfurt, habe ich mein Diplom für Sound Engineering und Music Production gemacht. Danach habe ich mich selbstständig gemacht als Recording Engineer und habe dann auch zwei Jahre hier mit Labels in Frankfurt gearbeitet und habe mit Leuten aufgenommen wie Celo Abdi, die sind hier in Frankfurt sehr bekannt, Oleg Sash, Hannibal, also wem das was sagt, 385i, das ist ein Label hier in Frankfurt mit eigentlich so ziemlich jedem Künstler von dem Label, habe ich zusammengearbeitet mit den Jüngeren, die dann auch jetzt quasi aus dem Kommen, die jetzt auch jünger sind als ich, so eine Josie zum Beispiel. Josie from the Block. Josie from the Block. Habe ich gesehen. Ein Crime. Dope Show. Ein Schubier-Capella. Und deswegen habe ich auch auf jeden Fall so diesen Bezug zu was so heute abgeht und was heute gefeiert wird und wie auch gearbeitet wird so heutzutage und das kann mich auch sehr gut dann einfach anwenden auf wie ich mit den Kindern arbeite, weil ich mit denen eben wirklich, um auch das Beste aus denen rauszuholen, das gleiche mache wie wenn ich ins Studio arbeiten gehe. Hi! Hello!